Ich bin Maria Gilder. Ich komme seit sieben Jahren sporadisch helfen mit Kleidern zu lesen. Ich bin immer gespannt, dass das in diesen Säcken so fürenkommt. Es macht mir Freude, dass ich die Kleider bekommen, die einfach in der Armut leben, die einfach nicht den Luxus haben wie wir. Wir sind so gut zusammen und die Frauen, die kommen. Jörg gibt es noch zu viel in Alben. Es ist immer ein schnelles Anmittag, der vorbeigeht.